Willeber, wach auf, Willeber! Wieso machst du nicht einfach die Grätsche und lässt einem anderen deinen Platz? Tabletten dieses Mal? Und Gas. Hätte sie töten können. Das war der Plan. Jedes Mal, wenn ich das überlebe, wird es demütigender für mich. Müsst ihr euch denn unbedingt alle auf einmal da reinhängen? Hallo? Hallo, wie nett. Neulich war ein wirklich nettes Mädchen bei uns im Laden. Sie hatte Kaugummi in den Haaren. Hört sich köstlich an. Ihre Haare waren ganz weich. Du kannst sie dir schlappen. Ist nicht so einfach. Doch, guck ihnen einfach in die Augen und sie kommt direkt zu dir rüber spaziert. Hey, sonst tust du nichts? Ich kaufe mir einen Hund, wenn mich einer am Ohr lecken soll. Hey, hey! Hör auf, hör auf! Willeber, das ist Alice. Alice, das ist mein kleiner Bruder. Oh, aber sicher, ihr kennt euch ja schon. Der eine mit dem Kragen ist ein bisschen durchgedreht. Aber den älteren, den sollte man kennenlernen. Hallo. Und das ist Willeber. Das Leben ist zu kurz für Patienten wie Willeber. Wir können ihm eben nicht helfen. Du bist ein blöder Vollidiot. Willeber? Also wenn man tot ist, wie ist das so? Es ist total stinklangweilig. Da ist gar nichts. So aufregend wie in Wales. Verstehe. Wie wäre das, ich suche mir eine Freundin? Ihnen wächst da gerade ein Haar aus dem Nasenloch. Willeber ist ein Nashorn, wenn es um Sex geht. Wie schön für Sie beide. Willeber war noch nicht so glücklich. Ich will jetzt bei ihm bleiben und meiner Frau und meiner Tochter, okay? So ist der Abend letzten Endes doch noch schön geworden. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020